Lira Alushi, Sie sind jetzt in Frankreich, in Paris. Wie läuft alles für Sie? Ja, es läuft sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl hier. Wir haben bis jetzt ein Spiel verloren und das war halt auch in der Meisterschaft gegen Lyon. Heute Champions League Unschieden, damit können wir leben. Jetzt müssen wir halt einfach nur nächste Woche noch ein Stück besser machen als heute. Und dann denke ich mal, haben wir ganz gute Chancen. Heute haben Sie ein Riesenspiel gemacht. Gute Sache, auch ein schönes Tor. Ja, danke schön. Ich glaube, das ist auch meine Aufgabe als Offensivspielerin, diese Aktion zu haben. Und ja, so dass mir so ein Tor, bin ich natürlich froh darüber. Letzte Woche gab es in Lyon 10.000 Zuschauer. Wie sehen Sie das Zurückspiel? Wie viele waren es heute? Ich weiß es nicht. 6.000? 6.000, ja, das ist für Paris, glaube ich, eine ganz gute Summe, weil Frauenfußball ist jetzt nicht so sehr angesehen wie in Deutschland. Ich glaube, wenn in Deutschland eine Champions League Frankfurt gegen Wolfsburg spielen würde, dann glaube ich, würden auch über 10.000 kommen. Aber es wird, es wird immer besser. Trotzdem war heute eine gute Stimmung da. Müssen Sie am Mittwoch gewinnen in Lyon? Oder ist ein Unentschieden, kann das reichen? Natürlich ein 0-0 wird nicht reichen, aber ein 2-2. Oder ein 1-0 reicht auch. Und Sie haben da... In diesem Fall müssen wir ein Tor schießen und ja, hinten die 0 halten. Sie haben auch schon einmal mit Duisburg, lange her, Lyon ausgeschaltet. Wie sehen Sie das jetzt? Ja, das ist halt Vergangenheit. Und darüber denke ich nicht nach, um ehrlich zu sein. Jede Mannschaft entwickelt sich weiter. Lyon hat sich auch wieder weiterentwickelt. Die Spiele, als würden die schon jahrelang zusammen spielen. Wirklich, es ist eine sehr starke Mannschaft. Und wir, wir brauchen noch unsere Zeit. Aber ich denke mal, es ist jetzt an der Zeit, dass Paris jetzt auch mal Lyon schlägt. Dann haben Sie auch mit Deutschland am Ende des Monats ein Riesenspiel in Wembley. Wie sehen Sie das, um da zu spielen? Ja, ich habe jetzt gerade gehört, dass 55.000 Karten verkauft sind. Natürlich was ganz Tolles. Also im Wembley-Stadion zu spielen, wer wünscht sich das nicht? Ja, es ist einfach was Tolles. Aber ich will erst mal hier weiterkommen in Champions League und dann mache ich mir Gedanken über das Spiel in England. Okay, danke schön. Viel Spaß. Danke schön, danke.